Nach diesen Worten zog Jesus weiter auf dem Wege nach Jerusalem hinauf. Als er dann in die Nähe von Bethphage und Bethanien an den sogenannten Ölberg gekommen war, sandte er zwei von seinen Jüngern ab mit dem Auftrage, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Esel fühlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragen sollte, warum bindet ihr es los? So antwortet ihm, der Herr braucht es. Als nun die Abgesandten hingegangen waren, fanden sie es so, wie er ihnen gesagt hatte. Und als sie das Fühlen losbanden, sagten dessen Eigentümer zu ihnen, warum bindet ihr das Fühlen los? Sie antworteten, der Herr braucht es. Sie brachten es dann zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Fühlen und ließen Jesus darauf sitzen. Während er dann weiterzog, breiteten sie ihre Mäntel auf dem Wege aus. Als er sich nunmehr dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die gesamte Menge seiner Jünger freudig Gott mit lauter Stimme, um all der Wunderwillen, die sie gesehen hatten, zu loben, indem sie ausriefen, Gesegnet sei, der, der kommt als König im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in Himmelshöhen. Da sagten einige Pharisäer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, und da sagt das deinen Jüngern. Doch er gab zur Antwort, Ich sage euch, wenn diese schweigen, würden die Steine schreien. Als er dann näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, Wenn doch auch du an diesem Tage erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde ein Wall gegen dich aufwerfen, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen. Ja, sie werden dich dem Boden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden schmettern und kein Stein in dir auf dem anderen lassen zur Strafe dafür, dass du die Zeit deiner gnadenreichen Heimsuchung nicht erkannt hast. Als er darauf in den Tempel gegangen war, fing er an, die Händler hinaus zu treiben, indem er zu ihnen sagte, Es steht geschrieben, Mein Haus soll ein Bethaus sein, Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Er lehrte dann täglich im Tempel. Die hohe Priester aber und die Schriftgelehrten samt den Häuptern des Volkes trachteten ihm nach dem Leben, fanden jedoch keine Möglichkeit, ihre Absicht auszuführen. Denn das gesamte Volk fühlte sich zu ihm hingezogen, so öfter es ihn hörte. Eines Tages, als er das Volk im Tempel lehrte und die Heilsbotschaft verkündigte, traten die hohen Priester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten an ihn heran und sagten zu ihm, Sag uns, aufgrund welcher Vollmacht du dies tust oder wer es ist, der dir die Vollmacht dazu gegeben hat. Da antwortete er ihnen, Auch ich will euch eine Frage vorlegen, sagt mir, stammt die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie miteinander folgendermaßen, Sagen wir vom Himmel, so wird er einwenden, warum habt ihr ihm dann keinen Glauben geschenkt? Sagen wir aber von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet gewesen ist. So antworteten sie ihm denn, sie wüssten nicht, woher sie stamme. Da sagte Jesus zu ihnen, Dann sage auch ich euch nicht, aufgrund welcher Vollmacht ich dies tue. Er begann dann dem Volke folgendes Gleichnis vorzutragen. Ein Mann legte einen Weinberg an, vergab ihn an Weingärtner und ging darauf für längere Zeit außer Landes. Zu rechter Zeit sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm sein Teil vom Ertrage des Weinbergs geben. Aber die Weingärtner misshandelten diesen und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Da sandte er nochmals einen anderen Knecht, sie aber misshandelten und beschimpften auch diesen und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Er sandte dann noch einen Dritten, sie aber schlugen auch diesen blutig und warfen ihn hinaus. Da sagte der Herr des Weinbergs, Was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn hinsenden, vielleicht werden sie sich vor diesem scheuen. Als die Weingärtner ihn aber erblickten, überlegten sie miteinander und sagten, Das ist der Erbe, wir wollen ihn töten, dann fällt das Erbgut uns zu. So stießen sie ihn denn aus dem Weinberg hinaus und schlugen ihn tot. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen machen? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg an andere vergeben. Als sie das hörten, sagten sie, Nimmermehr. Jesus aber blickte sie an und sagte, Was bedeutet denn dieses Schriftwort? Der Stein, den die Bauleute verworfen hatten, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen aber der Stein fällt, den wird er zermalmen. Da suchten die Schriftgelehrten und die Hohenpriester ihn noch in derselben Stunde festzunehmen, fürchteten sich jedoch vor dem Volk. Sie hatten nämlich gemerkt, dass er das Gleichnis gegen sie gerichtet hatte. So lauerten sie ihm denn auf und sandten Aufpasser ab, die sich den Anschein gesetztesstrenger Leute gaben, um ihn durch seine eigenen Worte zu fangen und ihn dann der Obrigkeit und der Gewalt des Stadthalters zu überliefern. Die fragten ihn also, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit lehrst. Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht? Da er nun ihre böse Absicht durchschaute, sagte er zu ihnen, Zeigt mir ein Denar, wessen Bild und Aufschrift trägt er. Sie antworteten, Des Kaisers. Da sagte er zu ihnen, Nun, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht, und Gott, was Gott zusteht. Und sie vermochten ihn nicht, bei diesem Ausspruch vor dem Volk zu fangen und wussten voll Verwunderung über seine Antwort nichts mehr zu sagen. Solange dein Herz schlägt, ist die Ausrichtung deiner Gedanken maßgebend, wofür du deine Energie und Zeit einsetzt. Es gibt Aufgaben und Probleme, die nur durch deine Anwesenheit gelöst werden können. Doch dafür musst du den Weg gehen, der für dich gemacht ist.